Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Was ist los? Heute mein Gast Roman Apollonow. Herzlich Willkommen. Wer bist du und was machst du so? Erstmal kurze Vorstellungen für die Leute. Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein kann. Freut mich sehr. Wer bin ich? Ich bin Roman Apollonow. Soon to be UFC Champion. Mark my words. Ansonsten, was kann ich noch erzählen? 27 Jahre alt. Sternzeichen Jungfrau. Shogun, Animes und Lese gern Manga. Auch wichtig. Du hast schon gesagt, du machst Jujutsu. Nennt sich die Sportart. Und noch andere Sportarten habe ich schon mitbekommen. Also MMA. Erzähl mal kurz was dazu. Das machst du alles schon länger. Ziemlich, ziemlich lange. Also Jujutsu. Beziehungsweise Judo und Jujutsu mache ich seit ich fünf bin. Okay. Also schon gut über 20 Jahre. Bin seit 2010 oder war seit 2010 in der Nationalmannschaft im Jutsu gewesen. Habe mich aber dann Ende 2019, 2018 entschieden, dass ich mich als Kampfsportler weiterentwickeln möchte. in eine Richtung, wo mich eben als Kampfsportler rund macht. Nicht nur unbedingt Jujutsu besser macht, sondern als Kampfsportler insgesamt besser macht. Also kompletter dann sozusagen. Kompletter macht, genau. Und habe mich dann für das MMA entschieden. Mixed Martial Arts. Und mache das jetzt auch professionell. Also habe ich in der Wheel of MMA-Liga gekämpft. Zweimal. Ist ja sehr bekannt, ne? In Deutschland einer der Höchstliegen, genau. Aber es ist erst der Anfang. Da kommt noch mehr. Okay. Jetzt nochmal zum Jujutsu. Was ist genau Jujutsu? Weil viele haben es vielleicht schon mal gehört. Aber was genau ist das und wie funktioniert das? Jujutsu ist eine sehr, sehr alte Kampfkunst. Also heutzutage, wir betreiben natürlich den Jujutsu Kampfsport als Wettkampf. Aber die Kampfkunst hat sich in der Zeit der Samurai entwickelt. Und zwar wurde Jujutsu angewendet, wenn der Samurai keine Waffen mehr zur Hand hatte. Wenn er sich ohne Waffen wehren musste, verteidigen musste, überleben musste. So ist Jujutsu entstanden. Also quasi waffenlose Kunst, auch der Gentle Art genannt. Heutzutage wird Jujutsu als Selbstverteidigungsformat trainiert, aber auch als Wettkampfformat. Genau. Und ich mache natürlich auch den Selbstverteidigungsaspekt, der ist bei mir auch drin. Den trainieren wir auch, den machen wir auch, um unsere Gürtel gerade zu bekommen. Also da muss man eine gewisse Prüfung ablegen. Aber mein Herzblut habe ich mir reingesteckt in den Wettkampfsport. Genau. Wie kann man jetzt sagen, was ist der Unterschied zwischen Jujutsu und Judo oder anderer Sportarten? Ich meine, du hast gesagt, du bist schon ziemlich alt, aber wie funktioniert das jetzt genau auf der Mathe oder auf dem Tisch? Ja, Mathe oder Spielfeld kann man ja nicht sagen, aber auf der Mathe, ne? Also der große Unterschied erstmal zum Judo ist, apropos Judo, hat sich aus dem Jujutsu später entwickelt. Also eine Weiterentwicklung dann? Es ist eine Weiterentwicklung, beziehungsweise sie haben bestimmte Techniken rausgenommen, die den Sport ungefährlich macht am Ende. Also sprich, die Schlagtechniken wurden rausgenommen im Judo und dadurch ist ein Sport entstanden, in dem mehr oder weniger nur geworfen wird. Also es geht mehr um die Wurftechniken und ein bisschen Bodenkampf. Und Jujutsu entscheidet sich darin, dass es immer noch Schlagtechniken gibt, ebenfalls Wurftechniken wie im Judo auch. Es gibt insgesamt auch mehr Wurftechniken, die im Jujutsu erlaubt sind, welche wiederum im Judo nicht mehr erlaubt sind oder nie erlaubt waren. Und plus den Bodenkampf, sprich beim Bodenkampf versucht man den Gegner am Boden zum Aufgeben zu erzwingen, genau, durch Würgetechniken, Hebeltechniken und so weiter und so fort. Okay, du hast ja jetzt schon gesagt, du machst jetzt seit ungefähr zwei Jahren MMA. Richtig, ja. Und du hast ja meines Wissens auch als so Free Fight bekannt oder macht man auch in so einem Käfig. Erzähl mal ein bisschen was zu der Kampfsportart MMA, Mixed Material Arts. Mixed Martial Arts, wie der Name schon sagt, oder kurz MMA. Hast du, glaube ich, auch richtig gesagt, alles cool. Wie der Name schon sagt, beinhaltet er verschiedene Kampfkünste, Kampfsportarten in einem. Also es gibt nicht so etwas wie, es kämpfen nur zwei Jujutsukas gegeneinander oder nur zwei Judo-Kas, Judo-Kas heißt. Kämpfer. Kämpfer, genau. Oder zwei Dekuador-Kämpfer, sondern es ist eine Mischform von allen Kampfsportarten. Und jeder nimmt sich am Ende so das, was er für sich halt gut findet, was für ihn funktioniert und baut es sozusagen in seinen eigenen Kampfstil ein. Früher war es da tatsächlich so gewesen, also vor 20, 30 Jahren, dass als Mixed Martial Arts entstanden ist, dass wirklich ein Dekuador-Kämpfer gegen einen Ringer kämpfen konnte und die sich so gemessen haben. Also aus unterschiedlichen Sportarten dann einfach drauf. Genau, aus unterschiedlichen Sportarten, ganz genau. Und heutzutage, da sich der Sport natürlich auch entwickelt, ist jeder sozusagen ein Allrounder. Also jeder kann auf einmal Striking, schlagen und treten. Weil jeder auch alles trainiert wahrscheinlich ein bisschen, ne? Eben, alles trainiert, weil er hat gemerkt, oh, wenn der eine, oder sagen wir so, der eine ist gut im Schlagen, ich bin nicht so gut im Schlagen und bekomme dann ständig Schläge ab, warum kann ich es nicht anders machen? Ich kann mich ja in diesem Bereich auch weiterentwickeln. Und die Kämpfer haben einfach gemerkt, die Athleten, mit der Zeit ist es einfach besser, alles zu können. Und wenn ich in den Ring steige, ist es besser, natürlich alles zu können, als mich nur auf eine Sache zu verlassen. Und heutzutage ist jeder, fast jeder, sag ich mal, ein vollkommener Kämpfer. Jeder hat quasi Stärken und Schwächen natürlich, ist klar. Aber es bemüßt sich jeder, alles so gut wie möglich zu trainieren. Kannst du dich vielleicht noch ein bisschen drehen? Ja, das ist ein bisschen besser für die Kamera. Kein Problem, das ist ein bisschen besser. Ja, danke schön. Ja, nochmal zum Jujo zurückzukommen, das machst du ja schon sehr lang und warst schon sehr erfolgreich. Wie merkt man das, dass man, ja, dass man immer besser wird, dass man sich weiterentwickelt und wie du irgendwann zur Elite gehörst oder zum Besten der Welt? Klar, durch Gewinn von Titeln, aber erzähle da mal vielleicht kurz was dazu. Zur Entwicklung, wie ich mich... Genau, wie du dich gesteigert hast und wie man das dann selber begreift so, dass man irgendwann, okay, zu den Besten gehört, wie das sich anfühlt zum Beispiel. Also, wenn ich meine alten Videos vergleiche, wie von 2009, 2010, das sind ja nicht mal die ältesten Videos und Videos von 2018, 19, 20 anschaue, dann merke ich natürlich, wie ich mich gesteigert habe. Also, wie ich besser geworden bin. Das ist kurz dazu, wie ich merke, dass ich besser geworden bin. Ja, manchmal merkt man das tatsächlich selber nicht, wenn man auf der Matte ist, aber durch das ständige Training muss sich ja was entwickeln. Ich, ähm, ich habe in meinem Sport, im Jutsu, alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich habe den Weltmeistertitel mehr als nur einmal gewonnen, bin Europameister. Warst du bei den World Games? Bei den World Games war ich gewesen, was ja unsere Olympiade ist, genau. Wir sind ja nicht olympisch, aber das ist so die höchste, das höchste Turnier, äh, bei dem man kämpfen kann. Und, ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, ich denke, ich hatte einfach sehr viel Zeit in meiner Entwicklung als Jutsu-Kar. Ich habe mir die Zeit auch genommen. Ich habe seit meinem Abi 2014 auch nichts anderes tatsächlich gemacht. Nicht wirklich viel mehr als meine Zeit und meine Energie in den Sport hinein zu investieren. Und ich denke, das hat mir auch einen großen Vorteil gegeben zu anderen Sportarten, weil wir sind, wir trainieren zwar wie Profisportler, aber sind trotzdem Amateure, was ist natürlich, äh, wenn man das Ganze finanziell betrachtet. Und die meisten können sich einfach nicht leisten, so zu trainieren. Und ich habe mir einfach den Luxus, genau, den Luxus rausgenommen. Zu dem werden wir auch später nochmal kommen, wieder mit der, ja, mit der Bezahlung oder mit dem Verdienst. Wie sieht es bei dir der Alltag aus mit dem, äh, mit dem Training? Ich meine, klar, vor Weltmeisterschaften, vor Wettkämpfen, da wird man intensiver trainieren. Aber wie ist das, hast du dann auch normalerweise täglich trainiert oder wie oft in der Woche? Oder, ja, wie kann man das so sagen? Also, ähm, in der Regel trainiere ich fast immer zweimal täglich. Okay, zweimal sogar. Ja, ich habe tatsächlich morgens und das schon seit, seit, seit über, ach, bestimmt auch seit zehn Jahren mittlerweile, ähm, meine physische Einheit, sprich Ausdauertraining oder Krafttraining und abends sind dann die Matteneinheiten. Warum ist es so gelegt? Weil morgens die meisten Menschen ja nicht da sind, genau. Ach, die Arbeit. Deswegen mache ich hier Sachen, die ich, die ich selber machen kann morgens und abends dann Partnerarbeit, ähm, Sparring heißt es jetzt im MMA, Randori heißt es im Jutsu oder im Judo. Das sind quasi, ähm, das sind, äh, Kampf, Kampfformen, genau. Genau, spielerisch kann man mal intensiver, mal weniger intensiv machen und Techniktraining auch abends. Und, ähm, so sieht mein Alltag aus. Morgens und abends habe ich Training zwischendurch, nehme ich die Zeit, mich zu regenerieren. Okay. Ähm, nochmal zurückzukommen auf deine Titel. Ich meine, klar, du bist ja auch bei uns hier in Rastatt schon Sportler des Jahres geworden, aber was sind alles deine Titel gewesen, die du im Jutsu schon, ähm, erreicht hast? Und gibt es noch Ziele, die du erreichen möchtest, gerade im MMA jetzt? Im Jutsu, wie ich vorhin gesagt habe, habe ich so ziemlich, nein, nicht ziemlich, sondern alles erreicht, was ich erreichen, erreichen wollte. Mehr sogar, als ich mir, bevor das Ganze angefangen habe, überhaupt erträumen lassen konnte. Also, ich bin, äh, fünffacher Weltmeister. Einmal in der Jugend und viermal, äh, bei den Erwachsenen. Äh, vierfacher, vierfacher Europameister. Also öfters Weltmeister wie Europameister? Ja, tatsächlich öfter, öfter. Ja, cool. Ja, ja, ich habe, ähm, ich habe, ähm, ich habe in den Europameisterschaften, bei den Europameisterschaften zweimal im Finale knapp verloren. Genau, die hätten dazugezählen können, aber so ist es, ja. Vize-Europameister ist auch gut. Ist auch gut, klar, klar, und man lernt daraus. Man muss das alles, ist alles Ansichtssache, man muss das alles als Lesson, als Lehre nehmen. Und ansonsten, jegliche, äh, Grand Slams, habe ich auch, äh, gewinnen können. Also ich war auch quasi auf der ganzen Welt unterwegs. Krass, okay. Wie fühlt es sich denn an, der Beste in irgendwas in der Welt zu sein? Ja, bin ich tatsächlich der Beste. Von den Titeln auf jeden Fall? Von den Titeln, ja. Äh, mittlerweile, zu dem Zeitpunkt, fühlt sich das natürlich gut an. Also, ich sag mal, ich bin in der Hinsicht weise genug zu sagen, vielleicht bin ich gar nicht der Beste der Besten, weil, da müsste ich gegen jeden Menschen in der Welt erstmal antreten können, ja. Ähm, aber die Titel sprechen natürlich für sich. Klar. Und was ich wirklich sagen kann ist, man trainiert ja auf ein Ziel hin, ne. Egal welches Ziel man sich vornimmt, es tut immer gut am Ende, wenn man sagt, boah, ich habe das Ziel erreicht. Und natürlich, je größer das Ziel ist, desto mehr fällt dir am Ende auch ein Stein vorm Herzen. Und das macht einfach, das macht glücklich, wenn du sagen kannst, ey, ich habe für was gearbeitet. Und hast es erreicht. Und hast es erreicht am Ende, genau. Da kann man schon happy sein, auf jeden Fall. Ist das dann auch der Grund, dass du dich in den Free Fight zum MMA gesagt hast, okay, ich mache jetzt das, weil ich habe in der Sportart Jutsu eigentlich alles erreicht, was ich möchte. Ich könnte jetzt natürlich noch 100 Mal Weltmeister werden, aber es gibt nichts mehr, sag ich jetzt mal. Ja, deswegen hast du ja bestimmt auch gesagt, okay, ich gehe ins MMA und stelle mir da neue Ziele. Genau, das ist einer der Gründe. Also warum ich tatsächlich gewechselt bin zum Mixed Martial Arts. Oder so würde ich es gar nicht formulieren, sondern ich mache immer noch Jutsu. Ich gebe Training und ich bin immer noch sehr, sehr gerne auf der Matte. Und das nehme ich genauso fürs Training, um im Mixed Martial Arts wieder besser zu werden. Genau. Also daraus wachse ich auch wieder. Wo hast du schon überall gekämpft und es ist spannend natürlich, andere Kulturen immer zu sehen, ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also der Sport hat mir sehr, sehr viel ermöglicht. Vor allem um die Welt zu reisen, um andere Kulturen kennenzulernen. Ich war in Kolumbien gewesen, ich war in Thailand gewesen, in Mexiko, Europa auch quasi ganz durch gejettet. Cool. Wie ist das Verhältnis in der Sportart Jutsu zu Männern, zu Frauen? Gibt es auch viele Frauen, die das machen. Kann man da irgendwas prozentual sagen? Ich kann das natürlich nicht so ganz prozentual sagen. Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall vorwiegend Männersport. Oder beziehungsweise es sind einfach mehr Männer da. Beim Kampfsport wahrscheinlich immer, ne? Ja, es scheint so. Es scheint so auf jeden Fall. Im Jutsu und im MMA, wenn wir trainieren, sind es eigentlich fast nur Männer. Und die Konkurrenz ist dementsprechend auch höher. Aber ich will den Frauen nichts wegnehmen. Das sind auch super Kämpfer bei den Frauen dabei natürlich. Du wurdest vom Bundespräsident Steinmeier geehrt. Und wie war die Ehrung? Und was war da los? Erzähl mal da. Es ist ja die höchste Ehrung, die man als Sportler eigentlich bekommen kann. Silberne Slobberblatt. Es war natürlich, wie soll ich sagen, ein schönes Erlebnis. Die meisten Menschen oder die Sportler, die da waren. Oder wie soll ich sagen, es ist ein einmaliges Erlebnis. Die meisten Sportler, die da waren, haben es auch nur einmal erlebt. Ich glaube, wenige Sportler wie Boris Becker waren zweimal da gewesen. Es gibt ein paar Athleten. Aber cool war es gewesen. Ich habe meinen Vater mitgenommen. Mein Vater, der ist auch überall dabei. Deswegen war das auch... Größter Fan. Größter Fan, größter Support. Rückhalt. Rückhalt, genau. Auch bester Sponsor, größter Sponsor auch für mich. Apropos auch Mama, Papa. Und ja, ich habe meinen Vater mitgenommen. Wir haben den Moment genossen. Wir haben das Erlebnis geteilt. Und reden immer noch darüber. Wir haben auch ein schönes Bild bei uns hängen. Leute kommen zu uns nach Hause und fragen nach, wie es war. Es ist immer schön, darüber zu reden, ja. Das glaube ich. Du hast mal vor Jahren, wo wir uns getroffen hatten, wir sehen uns ja öfters mal, erzählt, dass du bei der Polizei in Wiesbaden, glaube ich, eine Ausbildung oder eine Lehre oder wie man das immer... Ein duales Studium. Ein duales Studium gemacht hast. Machst du das immer noch? Oder hast du das abgebrochen? Erzähl mal da ein bisschen was. Ich habe 2015 angefangen, bei der Polizei in Wiesbaden zu studieren. Ein duales Studium war das gewesen, wie ich gesagt habe, zum Polizeikommissar. Okay. So ein bisschen heikles Thema. Okay. Ja, aber was heißt heikles Thema? Es ist kein heikles Thema. Es ist nur, was kann ich denn sagen? Ich habe mich mit dem Beruf später nicht mehr wirklich identifizieren können. Das ist ja... Gibt es öfters? Drei Jahre war ich da gewesen, dreieinhalb Jahre, und habe dann gemerkt, es ist tatsächlich nichts für mich gewesen. Und ich habe mich beruflich anders... nicht mehr so wohl gefühlt. Und auch sportlich habe ich mir andere Ziele gesetzt. Und natürlich auch ein großer Grund, warum ich bei der Polizei gewesen bin, war der Sport. Wir wurden ja auch natürlich da unterstützt. Das war ja damals... Es war ja... Oder die haben ja immer noch das Angebot der Sportfördergruppe. Und da konnte ich meinen Sport leben und gleichzeitig eine Ausbildung beziehungsweise ein duales Studio machen, damit ich halt beruflichen Background habe am Ende. Aber ja, es gab mehrere Gründe, um das, wo ich sagen musste, ich brauche was anderes, ich brauche einen Cut. Und ja, jetzt sind wir hier. Okay. Ja klar, ist ja nichts Verwerbliches. Wenn man Weltmeister ist, dann ist man auch ja selber Vorbild. Gibt es auch Vorbilder, die du hast? Oder ist man dann nur Vorbild für andere? Ich habe gemerkt, dass ich auf jeden Fall eine Vorbildfunktion habe. Vor allem, ich denke, die Kids bei uns im Dojo schauen auf. Und dementsprechend versuche ich mich auch wie ein Vorbild zu verhalten immer. Ich persönlich, die Frage, ob ich Vorbilder habe, also es gibt natürlich Leute, die mich inspirieren und motivieren. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich tatsächlich jemanden als Vorbild hatte, wo ich sage, genauso möchte ich auch sein. Es gibt natürlich sehr viele Leute, wo ich schätze und ehre und sage, das sind einfach super Leute. Aber ich habe jetzt keinen, wo ich wirklich mit Namen nennen könnte. Der und der ist jetzt mein Vorbild. Deswegen, ja, kein wirkliches Vorbild. Okay. Welche Ziele hast du sportlich noch? Und ja, was ist in der Zukunft geplant? Generell sportlich oder eben MMA? Ich meine, erzähl mal da auch ein bisschen was, weil du hast ja da wirklich schon ein paar große Kämpfe auch gemacht, wo ich mal gesehen habe, du hast da in Berlin in der O2 World, in der ganz großen Halle gekämpft gehabt. Erzähl mal noch ein bisschen mehr, was du da vorhast. Und ja, zum MMA. Genau. Also ich stecke meine ganze Energie in den Kampfsport, mein Herzblut. Und so vor einem Jahr habe ich mich noch so ein bisschen schwammig ausgedrückt. Da habe ich immer gesagt, ja, ich möchte, keine Ahnung, so gut werden wie möglich und dies und das. Aber mittlerweile, vor allem bin ich auch, bin ich mir sicher, was ich will. Und ich bin entschlossen, sage ich das auch. Deswegen sage ich das auch genau so. Ich will 2000, Ende 2021, meinen UFC-Vertrag. Ich will letztendlich das Jahr Gas geben, Leistung bringen. Also das, sag mal was zu dem UFC. UFC ist die größte, größte Promotion, größte Veranstaltung auf der Welt. Da kämpfen, Ultimate Fighting Championship heißt das. Kennt man ja auch. Ja, mittlerweile hat das nochmal einen richtigen Hype bekommen. Viele Leute, die auch mit Kampfsport nicht wirklich was am Hut haben. Haben es schon mal gesehen. Haben es schon mal gesehen, haben schon mal was gehört von bestimmten Kämpfern. Manch ein Kämpfer ist auch wirklich schon ein richtiger Superstar geworden durchs Kämpfen. Und ja, in diesen Verband oder in die Organisation will ich hinein. Hast du schon Kontakte? Wahrscheinlich auch ein bisschen. Ah, tatsächlich nicht. Keine Kontakte, genau. Deswegen, der Plan ist einfach, nächstes Jahr Gas zu geben, Leistung zu bringen, zu kämpfen, zu gewinnen vor allem. Und nachdem ich meinen UFC-Vertrag habe, ist das noch nicht genug. Ich möchte UFC oder was weiß ich möchte. Ich will. und ich werde UFC-Champion. Okay, das ist meine Ansage. ich und ganz Baden und wahrscheinlich alle werden dir natürlich die Daumen drücken. Danke. So einen sympathischen Kämpfer hier. Was ist für dich Nervenkitzel? Oder bist du noch nervös? Ja, natürlich, natürlich. Ich bin auf jeden Fall nervös. Ich bin auch vor jedem Kampf nervös. Aber man lernt, mit dieser Nervosität umzugehen. Klar. Also natürlich das Nervosität gleich Nervenkitzel. Mal mehr, mal weniger. Aber ich meine, wer sagt, der ist nicht nervös, wer sagt, der ist nicht nervös, der lügt. Also wenn dir was wichtig ist und du dich darauf vorbereitet hast, darauf trainiert hast und was auch immer deine Zeit reingesteckt hast, dann bist du natürlich nervös, bevor es losgeht. Bevor es losgeht. Stichwort, hast du irgendwelche Rituale vor den Kämpfen? Ich meine, bei den Fußballern kennt man das ja. Die Binnen zuerst den linken oder rechten Schuhe betreten und den Drasen mit einem bestimmten Fuß. Wie läuft das bei dir? Ich hatte einige Rituale, die sich bei mir mit der Zeit eingeschleift haben. Das war noch in der Jutsu-Zeit gewesen. Wo ich dann aber mit der Zeit gemerkt habe, es wurden immer mehr Rituale auf einmal und die wurden auch mit der Zeit auf einmal belastend. Wenn du dann gedacht hast, wenn ich das jetzt so und so nicht mache und dies und das nicht mache und die Schütze nicht richtig reinlege in meine Tasche vor dem Wettkampf, dann kann es sein, dass es nicht so gut läuft. Oder den Gi, Gi ist der Kimono, den wir anhaben, muss ich auf jeden Fall einpacken. Wenn ich den nicht anhab, dann kann ich nicht so kämpfen, wie ich möchte. Und irgendwann habe ich gemerkt, als es belastend wurde für mich, habe ich gesagt, hey, mach einen Cut. Mach einen Cut. Das wird langsam viel zu viel. Das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Ich habe das ein bisschen riskiert, also jetzt gerade auf den Kimono zurückzukommen, auf den Gi. Ich habe so einen Gi gehabt, mit dem habe ich zweimal bei der Europameisterschaften im Finale verloren, in dem Gi. Und da habe ich gedacht, den ziehe ich nicht mehr an. Den ziehe ich nicht mehr an. Ich verliehe in dem Gi immer im Finale. Aber irgendwas hat mir gesagt, ey, das liegt nicht am Gi, das liegt an dir. Und da habe ich mir nochmal in den Arsch gebissen und habe gesagt, du ziehst den Gi jetzt nochmal an. Und mit dem Gi bin ich dann Weltmeister geworden. Also, ja, stark natürlich nicht am Gi. Du hast dich selber überwunden? Ja, ich habe mich selber überwunden. Ich habe es mir selber sozusagen bewiesen. Und mittlerweile habe ich keine Rituale. Ich muss einfach, ich vertraue mir selbst, ich vertraue meinem Körper, vertraue meinem Mindset und alles andere steckt in mir drin. Aber jetzt kurz vor dem Kampf, gibt es da trotzdem was, was du machst, dass du irgendwie ein bisschen meditiere oder dass du irgendwie was Bestimmtes machst oder ich sage, okay, ich trinke einen halben Liter Wasser oder so? Vor dem Kampf. Also nicht nur unmittelbar vor dem Kampf, sondern Meditation apropos. Mache ich seit zwei Jahren auch täglich. Täglich meditiere ich. Das hat nichts, das ist kein Hokus-Pokus. Das ist einfach, es tut mir einfach gut. Ich merke, ich komme im Balance. Ich bin fokussierter. Ich bin mehr präsent und fühle mich einfach leichter im Kopf. Also meditieren tue ich sehr gerne und auch täglich. Was auch wichtig ist, ich schaue mir sehr gerne Kämpfe an. Vor meinen Kämpfen schaue ich mir gerne Kämpfe an von den in der UFC oder auch nochmal meine Kämpfe und gehe nochmal durch in meinem Kopf, was ich kann, was ich nicht so gut kann. Vielleicht. Gibt es irgendeinen verrückter oder lustiger Moment in deiner Karriere, der dir jetzt sofort einfällt, weil über den Besten brauchen wir jetzt nicht sprechen. Ein lustiger Moment in Kolumbien, in Bogota, haben wir gekämpft auf, was sind das, was, 3000 Meter Höhe. Und das merkt man auch an der Pumpe, an der Luft. also als Wettkämpfer möchtest du das natürlich nicht zeigen, wenn du platt bist mit einem Kampf. Aber ich bin im ersten Kampf, habe ich das Gefühl gehabt, ich kippe gleich aus den Latschen. Also ich habe den ersten Kampf gegen einen Kolumbianer noch gekämpft, der aus Bogota kommt, der die Luft natürlich gewöhnt ist, die dünne Luft. Und dann ist der Kampf vorbei gewesen. Ich habe den Kampf zwar deutlich gewonnen, aber dann war noch irgendwas, die Schiedsrichter, die Schiedsrichterentscheidung, die haben noch irgendwie geplappert und ich stand dann einfach nur so da. Und ich wollte mich auch nicht nach vorne lehnen, weil ich wollte in dem Moment keine Schwäche zeigen. Als Kämpfer möchtest du nicht, aber ich habe mir gedacht, bitte mach einfach schnell, ich muss hier runter, sonst kippe ich gleich aus den Latschen. Und dann, wo der Kampf zu Ende war, bin ich schnellstmöglich nach hinten in den Aufheimraum, habe ich erst mal hingesetzt und durchgeatmet. Das war so ein Moment, der mir gerade so spontan einfällt. Deine bisher schlimmste Verletzung? Oh, die schlimmste Verletzung. Also allgemein Schmerz im Kampfsport ist dein täglicher Begleiter, das muss ich so sagen. Man hat immer irgendwelche Wehwehchen, die ist das, aber genau damit lernt man auch umzugehen. Schlimmste Verletzung, ich habe mir Handwurzelknochen an der rechten Hand, habe ich mir gebrochen und dann auch einfach weitergemacht, getapet, keine Ahnung gehabt, das Trainingslager noch durchgezogen, dann nach Palermo geflogen, dort war noch ein Trainingslager gewesen, irgendwann habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht, das war halt auch nicht mehr und die Hand auch so fett gewesen. Das war so die Verletzung, die mich am längsten noch irritiert hat und genervt hat und gebraucht hat, um zu verheilen. Gerade im Moment irgendwelche Verletzungen oder Wehwehchen? Ah, Wehwehchen, ja, immer, immer, aber ich muss mich da nicht beschweren, ich weiß, auf was ich mich da eingelassen habe, deswegen, alles cool, alles gut, ich fühle mich gut, danke der Nachfrage. Du hast vorhin erzählt, klar, deine Eltern oder dein Papa größter Supporter, Unterstützer, auch finanziell, ich meine, klar, wenn sowas von Sport nicht wirklich, ich sage jetzt mal, ganz so professionell oder die Aufmerksamkeit bekommt, dann kann man natürlich da nicht davon immer leben, sage ich jetzt mal, aber klar, vieles auch durch Sponsoring, wie ist das bei dir so? Wie verdienst du da dein Geld oder wie, erzähl mal da was zum Finanziellen ein bisschen? Finanziell ist auf jeden Fall nicht einfach, ist ein Struggle, vor allem jetzt in der Zeit, in der wir gerade leben, gibt es auch wenig Kämpfe und so die Gagen nach den Kämpfen sind so dein einziges, richtiges Einkommen, was aber auch nicht viel ist. Preisgeld dann sozusagen. Preisgeld, genau, was aber auch nicht viel ist. Also es ist tatsächlich, davon kann man nicht leben. Du musst einfach, ein Kampfsportler bei uns muss auf jeden Fall andere Wege finden, um sich irgendwie über Wasser zu halten, bis er in den großen Organisationen kämpft und dort vielleicht dann die großen Gagen erstmal ergattert und das große Geld verdienen. Im Moment mache ich nicht viel. Ich suche genau den Weg, um da hinzukommen. Deswegen bin ich auf finanzielle Hilfe unterstützt, angewiesen, auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Deswegen auch immer viel am Trainieren, dass du dann wirklich im MMA weiterkommst und dann wirklich der Traum von dir in die UFC zu kommen, wo es dann wirklich ja große Gagen gibt, große Events, wirklich auch und Superstars sind oder du vielleicht auch wirklich mal ein Superstar wirst. Das drücken wir auf jeden Fall alle Daumen. Training ist A und O, danke schön. Eine Frage, die ich immer stelle, auch zum Abschluss, was ist für dich Heimat oder wo? Heimat ist für mich auf jeden Fall hier in Rastatt. Also ich fühle mich hier einfach pudelwohl. Ich möchte auch tatsächlich nirgends wohin. Ich habe drei Jahre in Wiesbaden gewohnt und habe mich nie so wirklich einleben können. Ich habe mich immer am besten gefühlt, wenn ich hier in Rastatt bin. Kurz gesagt, Rastatt ist meine Heimat. Ich möchte auch, dass die Leute am Ende wissen, dass wir aus Rastatt kommen, dass unsere kleine Stadt auf die Landkarte kommt, dass die Leute wissen, wo wir sind, wer wir sind. Und dass ich meine Heimat einfach repräsentiere als Kampfsportler, als vielleicht Vorbild oder alles, was noch kommen mag. Da hast du schon wirklich einiges dafür getan, muss man wirklich sagen, dass du Rastatt auf die Kampfsportler-Karte gesetzt hast, gerade mit dem Jü-Mit-Den-Jü-Zu-Titel. Wenn man überlegt, in der Weltmeisterschaft Roman Apollonow aus Rastatt in Kolumbien kennen 99,5% bestimmt nicht Rastatt. Da ist ja dann schon auch eine tolle Sache. Ja, eben. Aber es werden immer mehr. Es werden tatsächlich immer mehr. Und dann wissen vielleicht nicht, wo Rastatt liegt, aber sie wissen, Roman ist aus Rastatt. Das ist schon mal gut. Das ist der Weltmeister Roman Apollonow aus Rastatt. Okay, das war es jetzt zu Roman Apollonow. Ich danke, dass du mein Gast warst hier bei Wasser. Danke für die Einladung. Sehr interessant aus dem Leben eines Kampfsportlers auf dem Weg noch weiter nach oben. Vielen Dank. Was ist los mit Roman Apollonow? Was ist los? Was ist los? Was ist los?